Das gibt's doch nicht! Und ich pinke gleich im Streuen. Echt, das gibt's erst echt nicht. Leute. Oh Gott. Das auch nicht. Jetzt wieder aufpassen, Schulterblätter und so. Wow. Mann! Ey! Das ist so unberechenbar. Und es ist so schön, dass ich in der Nähe bin. Oh Gott. Oh fuck. Das geht, das geht, das geht. Easy. Autsch! Egal. Egal, guckst du mal auf meine Lebe? Ja! Jetzt beide mal an einer Seite bleiben hier sonst. Oh Gott, nein, die Schulter, die Schulter. Oh Gott. Oh Gott, meine Herren, ey. Ich schaff's eben nicht immer dir, den Arsch zu retten, ey. Ja. Oh. Dass der mich nicht getroffen hat. Boah. Nein! Komm, bleib da oben, bitte. Bitte, 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 bitte. Das ist so übel zu schwer, ey. Und ich bin wieder tot. Das gibt es einfach nicht. Dieser vermaledeite Kleiner Huren-Ticker, ey. Kleiner Huren, ey. Ja, toll. Wie soll ich das denn machen? Boah. Ey, das ist der letzte Boss. Wir haben dieses Spiel schon mal geschafft. Es kann doch nicht sein, dass der nicht zu besiegen ist. Ja, da hatten wir mehr Glück mit dem Ball irgendwie. Wow. Hat er dich gerade zerfickt? Mir egal. Oh Gott, wo fliegt er jetzt wieder lang? Durch den Körner. Toll. Interessant. Sobald er... Sobald er in die Nähe des Brustkorbs kommt. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Äh. Die Scheiß-Schultern und diese drehenden Arme. Das ist so unberechenbar. Das nervt. Außer wenn es so ist. Da kann er noch treffen. Mir gefällt nur nicht. Was er gerade vorhatte. Okay, äh. Okay, das war gut. Komm schon. Mein armes Herz, ey. Ey, das kann... Ich sag ja, so simple Sachen. kann er richtig knüffelig werden, ey. Wohl wahr, wohl wahr. Komm jetzt, klong, 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 klong. Ach, Ficken. Das ist doch jetzt nicht wahr, ey. Wir sind eigentlich so gut durchgekommen. Und jetzt der Sack. Dieser Sack raubt uns. Komm mal rüber hier. Weil, das hättest du mal schon die ganze Zeit tun können. Oh Gott. Oh, das ist wie die Tüte jetzt. Ja, diese scheiß Arme. Das meinte ich, ey. Du hast keine Ahnung, wo der hinfliegt. Aber er überlebt. Ja. Wenn auch knapp, aber er überlebt. Oh Gott. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Autsch. Ja, guten Morgen. Egal. Äh, von mir aus. Du musst mal so zahlen, ist da aus mir wert, gerade zu sterben. Ich sag mal so, lieber ich als du. Mach mich da her. Das ist scheißegal. Irgendeiner muss das jetzt schaffen. Mhm. Ach, komm schon hier. Oh, das war gut. Sag mal, jetzt hat er es aber auch hier. Ja. Alter. Boah, das riecht mich gerade so übelst du auf, ey. Das glaubst du überhaupt nicht. Eddie, ich fühle mit dir gerade. Ich fühle so mit dir. Gleich fliegt der Controller weiter als nur hier auf dem Schreibtisch. Ganz ehrlich. Ja, bist du so wie... Warum schläfst du jetzt immer, wenn du Ding da kommst, ey? Das ist nicht übertreffend. Nein, das Problem ist einfach, ich muss mich immer zu sehr auf den Ball konzentrieren, weil ich versuche, wie jetzt gerade, um dir den Arsch zu retten. Ja. Wenn dann die Fallste kommt, dann kann ich dann auch nichts mehr machen. Das ist nicht das Problem. Boah, was wird denn das für ein Part, ey? Der Part der Verzweiflung. Ja, das kann man wirklich so... Okay, das war jetzt scheiße. Das war so dumm von uns beiden. Sehr dumm. Woll jetzt aber ficken. Ich will, dass er gepferzt wird. Ja, aber sowas von... Ich dachte gerade... Oh, der Ball ist in mir drin. Okay, das war gut. Aber das hat gepasst. Ach, jetzt fliegt er auch noch so. Oh Gott. Oh, komm schon, mach doch mal Schaden hier. Strike, strike. Und dass er wenigstens mal mehr Schaden... mehrmals trifft. Mhm. Okay. Äh, Lebensling. Schreibt mir gut. Oh, du Ficker, du hast wieder ein Leben. Oh nein, nicht schon wieder so. Die Schultern. Das ist das erste Mal in Let's Play, dass ich so eskaliere. Okay, ey. Gleich kommt der Nachbarn. Wirklich, wenn es nach mir gehen würde, würde ich am Flughafen schreien ohnehin, aber ich kann es nicht. Ich dachte gerade. Die Schultern auf Doom. Der Schulterpolster. Okay, das wird jetzt interessant. Hä, ist der dumm? Kein Kommentar dazu. Oh, bitte, lass ihn einfach da. Yes. Nein, 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 nein. Ach nein, invertiert. Ich war dumm. Ich muss es sagen, Handy. Und da sieht man es mal wieder. Forst, wir bekleckern uns gerade beide nicht damit rum. Ich weiß. Ach ja, hallo. Das ging gerade noch so gut. Oh nein. Oh, 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 oh. Fliegt er durch? Jep. Das war Glück. Das war so glücklich Glück. Ja, bei den Schultern, da weißt du nie, wie das Ding fliegt. Naja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen ist so glücklich jetzt Glück, dass er getroffen hat. Komm schon. Fährt endlich seine Arme, bevor ich eigentlich in dieses Spiel reinspringe. Und ihm die Arme abreißen. Okay, der Ball ist oben, glaube ich. Gerade so. Wow, das war so viel Schaden, da dreht er direkt wieder. Oh Gott. Puh. Ich schwitze gerade echt ohne Scheiß. Ich auch, ey. Aber ich will den Ventilator nicht anmachen, das hört man alles. Ja, ich auch nicht. By the way, ich habe ihn gar nicht angeschlossen. Oh Gott. Oh Gott. Dreh das Ding. Dreh es. Oh Gott. Was ist das denn, ey? Ey, ich rotiere gleich auf meinem Stuhl, weißt du das eigentlich? Das kann doch nicht sein, da haben wir einmal die Phase geschafft wieder. Und dann ist der Ball hier unten, ding, 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 hey, kommst du gar nicht klar. Oh, Mann. Ey, das ist echt jetzt, das gibt's nicht. Das ist ne Krimi hier, ey. Wie lange nimmst du eigentlich die Scheiße jetzt gerade auf? Ist mir scheißegal. Das wird doch ankert hochkommen, außer der Anfang und das Ende. Allein außer der Anfang und das Ende. Ja. Macht doch jeder Anfang. Au. Ach so meinst du, ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ja, stimmt. Das ist ein ordentlicher Anfang und ein ordentliches Ende hat. Geht doch immer ein paar Minuten, am Anfang sind noch drin und hinten und hier und da. Pass auf. Oh Gott. Diese Drecksau, ey. Ich sag dir, ich hätte wirklich gerne Lust, mal eben in das Spiel reinzuspringen und eigentlich hätte ich die Arme abzureißen. Ey, das ist echt ne Krimi gerade hier, ey. Ohne Witz. Das kann doch nicht so schwierig sein. Okay, wie gesagt, wir spielen es auf Hardhead. Riesig viele Hitpoints. Dieses scheiß Wichsgriffel da. Mhm. Der hat sehr viele Lebenspunkte. In dem Falle. Oder HP so. Ja. Nein, nein. Oh Gott. Oh, jetzt wird es interessant. Komm hoch da. Ist mir scheißegal, ob ich dann weggehe. Kaputtgehe. Hauptsache, ich kann vielleicht das noch retten. Ja. Das gäbe es doch nicht. Hä? Ah, okay, ich verstehe. Sobald er angefangen hat. Wow. Wie habe ich das mal geschafft? Sobald er seine Faust eingesetzt hat, kann er gleich schon wieder zurück. Ja. Der soll... Wir müssen das mal mit dem Ball besser hinkriegen. Das kann doch nicht sein, dass es immer am Ende... Dass der Ball so richtig scheiße da hinkommt. Das kann doch nicht immer sein. Ja, vor allem wird er dann ja auch immer schneller. Das ist das Problem. Ja, das geht ja noch. Aber der prallt überall ab, ey. Guck mal hier hin. Oh Gott. Hauptsache, der Ball bleibt da oben. Genau. Zack, jetzt wieder hier. Hallo. Noch nicht. Nein, nein. Oh Gott. Das ist jetzt wieder... Das ist doch so ein pimmeliges Spiel, ey. Ganz ehrlich jetzt. Er ist so ein Hohenbock. Er ist so ein verfickter Hohenbock, ey. Jetzt werde ich ösig. Nicht nur du. Also, manchmal... Oh, fahr runter da. Oh Mann. Egal, egal. Hauptsache, der bleibt da oben. Das gibt's doch nicht, ey. Och, treff doch jetzt. Naja, spätestens der dreht, dann wird das sowieso wieder anders laufen. Ja, der dreht doch bestimmt nur nach ein paar Treffern. Ja, guten Morgen. Aha, ja. Yes. So ist es gut. So ist es gut. Da kann er ruhig bleiben. Gott. Super. Nein. Okay, das wird interessant. Ja. Oh, ey. Das ist so unfair. Du verfehlst. Ich rechse dir den Arsch ab. Ich rechse dir den Kopf ab. Und ich rechse dir die verfickten Arme ab. Boah, wir sind so scheiße gerade, ey. Obwohl, wir geben alles, ey. Wo du willst... Ja. Aber dieser Ficker ist einfach zu gut. Das ist zu viel random dabei. Ja. So, jetzt tief einatmen. Und tief ausatmen. Oh. Wasser. Yes. Ich rechse dir den Kopf ab. Nein. 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 Was für ein Krimi hier. Autsch. Wir gucken morgen. Ich hasse den Entwenden. Das Drehen ist ja nicht das Problem, aber wie der Ball manchmal abprallt so schnell. Oder wenn er ankommt mit der Faust. Das geht ja auch noch, aber manchmal kann man es einfach nicht sehen. Oder so schnell reagieren. Ja! Ich will ihn aufbringen. Ich will ihn einfach aufbringen. Oh, wirst du? Dann macht es einmal Klong und dann fliegt er aber schon wieder woanders hin. Das ist nicht wahr. Pure Eskalation. Ich werde gerade so bekloppt. Weiß ich was? Es ist aber... Sorry. Oh, 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 oh. Du kleiner Ficker. Ja, komm jetzt. Jetzt hier. Zack! Ich stopp dem gleich so das Maul. Ja, komm hier. Allerdings stopp ich ihm das Maul mitzimmer. Nervous. Nervous. Hörbe. Und wenn du das mal wieder umfasst hast. Nervous. Nervous. Mervous. Nervous. 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 so schwierig sein jetzt, ey. Ja, offensichtlich doch gerade. Höh! Alter. Wenn der nicht so viele Punkte hätte hier mit den scheiß Arme. Wir kriegen die ja noch nicht mal mehr kaputt. Ich find's geil, wie der gerade durch den Körper durchgeglitscht ist. Ich glitsche hier gleich auch, ey. So nass geschwitzt bin ich schon. Auch schon am glitschen. Und er dreht schon wieder. Ah, nein, nein, nein. Oh ja. Los, hoch da jetzt. Boah, das ist doch super knapp. Aber echt. Ja! Los, los, los. Nein! Oh! Das ist gerade nicht gut. Nein! Du Wichser! Du Wichser! Ich werd dich ferzen! Oh! Ja! Alter! Eierkauen. Eierkauen. Oh ja. Alter, wie mein Herz gerade pocht, Alter, ohne Wissen. Alter, ich hab gerade so einen Ständer an der Auszeige. Alter, 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 Alter. Alter Schwede. Diesmal nicht. Diese Drecksau. Meine Fresse. Jetzt haben wir uns ne Krede zerdient. Aber echt, ey. Und ich mein Eier kraulen. Jetzt haben wir uns ne Heimatplaneta harterkämpft hier. Oh, ey, meine Fresse. Die Porsche sind am Ende. We will never repeat the mistake of the past. Ja, die Fehler der Vergangenheit werden nicht wiederholt. Humanity and Environment will co-exist together. Ja, das sollte die Menschheit hier heutzutage auch mal machen. Ja. Mehr die Umwelt hier, ne? Und... Dough is gone forever. Ja. Banished into oblivion. Dieses dumme Dreckstück. I now end my final entry. Entry. Ey, aber dass das so ein Krimi noch geworden ist, ey. Ohne Scheiß, der hätte gedacht, dass der noch so... Äh, hier. Abgrund die fucking Scheiße sagt. So, endlich die Kredits hier. Aber es waren so viele random Sachen dabei. Der, da, 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 dass der Ball immer so abgeprallt ist, dass man da nicht mal reagieren konnte. Entweder an den Armen, die, die sich gedreht haben, oder an den Schultern. Da, ey, ich glaub es nicht. Und wir hatten immer Pech, dass der Ball immer so komisch war, nachdem gedreht wurde, dass man da immer richtig eskaliert. Oder was sagst du vorerst? Ich, ich sag nur eins. Ich hasse diesen Gegner. Einfach am Protiven die Pest. Das steht fest. Und fest steht auch, dass ich seine Wix kann, wenn ich jemanden vornehme. The End. Ende. Ja, wird bestimmt jetzt vier Stunden sein, das LP. Vier Stunden? Da wirst du denn mindestens viereinhalb Stunden draus machen. Ja, ungefähr. Congratulations! It's playtime. 3 hours, 50 minutes, 10 seconds. Ja, ich denk mal, ich werde es in ein paar Parts aufteilen und am Ende nochmal komplett so hochladen. Dieser verflickte kleine Mund war so. Ja, das war Arkanoid. Do it again. 1997, Taito, Lizenz bei Nintendo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, kurz weiter geht's Gameplay. Was jetzt zum Ende nochmal richtig zu einem Krimi geworden ist. Hast du noch kurz was zu sagen, bevor wir jetzt beenden? Das Einzige. Ich bin zum Einen froh, dass es endlich durch ist. Ja, du Hackfress, du kannst sterben. Ja. Einfach, weil ich's kann. Nein, auf jeden Fall. Spaß gemacht hat es trotzdem alledessen. Also, auch wenn wir uns da halt scheiße auf angestellt haben, total. Das ging nicht anders. Wohl wahr. Aber, Fakt ist, es ist einfach geil gewesen. Wir haben ihn endlich besiegt. Es ist endlich vollbracht. Jeder hatte seine Fail-Momente. Jeder hatte seine guten Momente. Es hat einfach richtig Bock gemacht. Und dass das, wie gesagt, am Ende jetzt nochmal so krass wurde, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und für die Zuschauer mal kurz so nebenbei, das ist Teamwork. Ja, so ein bisschen. Merkt euch, dass ihr nicht zukommt. Ja, Leute. Ich hoffe, das kleine Spaß-Together-Projekt hat euch gefallen. Könnt ihr mal bei The Force auf dem Kanal vorbeischauen. Ich verlinke den Sack mal in der Videobeschreibung. Hallo, ich bin kein Sack-Warschlob. Ja, und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei einem meiner weiteren Projekte wieder mit dabei sein würdet. Bis dann. Tschüss. Balls to the walls. Ja. Tschüss. Ciao.